herz und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der drei stein hof am wunderschönen doch wünsche ich ja in der letzten folge sind wir stehen geblieben beim graus mähen und beim ansehen und beim tiefen lockern der unserer felder und die jetzt haben wenn man das großfertigen und dann werden wir das ammol zettern und dann werden wir das in der einsammeln und wenn wir jetzt an das ammol abnehmen dann geht's los und dann werden wir das ammol fertig machen oder kurz einmal zurücksetzen und dann geht das eigentlich los so ich bin gleich für euch wieder da ich muss noch kurz was schauen so jetzt bin ich wieder für euch da auch mal innen ansicht dann schauen wir mal wie viel mal so ein ober kriegen und da noch einmal und da vorhin steht schon in unserer zettel So, dann machen wir die Baune nach oben und unten und dann bleiben wir eigentlich wieder fertig mit dem Feld, dann müssen wir es noch schwadern, dann passt es. So, dann machen wir noch ein paar Baunehmen, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt fahren wir auf und ab. Jetzt werden wir vielleicht drei vier Baunen sein, dann sind wir fertig. So. Dann passt es wieder, dann haben wir wieder zum Düngen. Und dann kann es wieder wachsen und dann müssen wir uns eh um die anderen Felder kommen. So. 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 Zwei Bonn genug, dann sind wir auch fertig und dann können wir das wieder einlagern. Und dann schauen wir mal, ob wir uns dann einen Kuhstall holen, weil dann hätten wir ja eigentlich alles was braucht. Und dann schauen wir mal, ob wir das wieder einlagern. Und dann schauen wir mal, ob wir das wieder einlagern. Und dann sind wir auch wieder fertig mit dem Chaos machen. So, sind wir gleich fertig. Und dann stellen wir den noch mal zum Hof und dann können wir ihn noch weiter machen. So, dann stellen wir das mal gleich zum Hof. Knappen wir uns den anderen. Knappen wir gleich den Wender oder den Bader dran. Und dann passt das. So, jetzt noch das Wender abkuppeln. So, jetzt schnacken wir uns den Schwader und dann geht es los zum Wender. Und dann steigen wir gerade rein. Und dann werden wir das noch schnell benden, damit wir frei haben. Und dann passt das. So. Dann lassen wir das mal da so stehen. Dann gehen wir mit dem das weiter machen. Zack. Und dann geht das da hin. Ja. Mit 20 km h das wenden. Dann machen wir das in der Folge fertig. mit dem Feld. Dann können wir uns in den nächsten Folgen um die anderen Felder kümmern. Dann müssen wir das noch mal düngen. Ja, ich hoffe euch hat die letzte Folge gefallen. Und ja. Dann freut mich das, damit ich für euch wieder ein neues Video mache. Und dann passt das so. Wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt, gerne damit in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich das Like nicht vergessen. So. Dann ist Außengewände fertig. Dann fahren wir da wieder weiter. Dann. Dann nehmen wir alles mit. Passt. Und dann schauen wir mal, wieviel die da wir da bei oben kriegen. Genug halt. Geht so weiter. Passt das so. Und dann. Mal wieder. Weipel jetzt beißen. Oder los mal durch. Und sie weiß es noch nicht. So. So. Jetzt haben wir die zweite Bahn fertig dann. mit der Bahn weiter. So. Dann müssen wir da nochmal fahren, weil da wird etwas liegen lassen. Und dann können wir schon einen Schwadern, wenn wir fertig damit wenden. Passt das. Ich hoffe bei euch passt es so mit den Folgen wie sie kommen. Und ich hoffe es gefällt euch das neue Projekt, was ich habe auf der Nordfrischen Marsch 4fach. Wenn ihr dort noch Vorschläge habt, könnt ihr gerne unter die Videos eure Meinung schreiben. Das wird mir riesig freuen und helfen, damit das für euch besser machen kann. Und ja. Und falls ihr ein Video verpasst, habt ihr das gerne in den Playlists von mir nachschauen. Das würde ich auch für euch gerne in die Playlists drin. Passt das auch. Dann machen wir das mal an. Dann würde ich sagen, machen wir das fertig da. Und dann schwadern wir das in der nächsten Folge. Dann müssen wir das mal durch. Ein für Bonne noch. Dann sind wir auch fertig. ah der ist auch fertig dann müssen wir kurz einmal hin aber das machen wir in der nächsten folge jetzt kümmern wir uns einmal um das dann passt das geht eigentlich schnell mit dem das ist aber eher kleines folgt dann schauen wir mal um 14.41 brauchen wir 14,4 lüchtern schalten dann ist es auch wieder fertig mit dem Felter und dann passt das eigentlich so jetzt sind wir vielleicht noch zwei drei Bahnen und das noch was wir liegen gelassen haben und dann ist das auch wieder fertig ah der ist auch fertig das machen wir dann in der nächsten Folge so jetzt machen wir das noch fertig und dann passt das wieder für die Folge so jetzt schauen wir noch auf vorne dann würde ich sagen was das für die Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst gerne ein Lektor schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dann muss gut Ciao Ciao Ciao